Da war es wieder Let's Play Rise of Rome und nun möchte ich sagen weiter geht's. Solche Bäume gefallen mir überhaupt nicht. Ja wie gesagt die gefallen mir überhaupt nicht. Wartet mal ganz kurz. Ja und Entschuldigung für die kleine Störung. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ich habe gesagt ich habe das gut zusammengeschnitten. Wow. Verdammt. So. Gut. 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 nach oben ok ihr seid ehrlich, wollt echt das getrauen ah schade, nicht so viel energie haben sie gegeben ah die haben auch schönes neue schriftrolle erhalten geht doch geht doch langsam klag damit in den sammeln der schriftrollen jetzt töte ihn schon und dann erledigen wir seine legion da unten komm auhohohohoho lauf weg, solange du noch kannst was? ist da weglaufen, solange ich kann? ich glaube für dich ist es viel zu spät dass du da weglaufen kannst überhaupt und da vorne auch noch was schönes ja 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 was denn los mit euch? ja 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 Okay, ich versorgen den Weg nach oben finden. Da. Da haben wir den Weg nach oben. Sehr gut. Weser, das wird auch nicht wieder passieren. Das war's. Boah. Na klar, ich würde ihn gerade erledigen. Ich würde ihn gerade so erledigen, aber nö, da kommt der nach dazwischen. Da kommst genau du dazwischen und ja. Der Weg ist frei. Vorrücken. Wirklich. Noch mehr. Aber naja, wie gesagt, das war's für diesen Part. Der Part ist ein bisschen kürzer, weil ich jetzt gerade noch was kurz mal machen muss. Aber wie gesagt, bis gleich. Wie gesagt, er weiß, bis zum nächsten Part und auf Wiedersehen.